Da wollte er ihren Klaps geben, der Nehmeier, der Bibiana Steinhaus, die macht einen Schritt zurück und er trifft sie an der Brust, aber sie kann drüber schmunzeln. Eine schöne Szene haben wir noch, eine lustige Szene, die wollen wir euch noch zeigen. Auch Peter Nehmeier im Mittelpunkt hier mit Bibi Steinhaus. Guck mal, wollte er einen Klaps geben und erwischt dann die Brust. Ich würde nicht sagen, das war die beste Szene des Spiels, das wäre jetzt ein bisschen gemein, aber zumindest noch was Lustiges. Vielen Dank. Ja, der wollte eigentlich nur die gelbe Karte einmal berühren, oder? Das ist jetzt meine Meinung. Ich würde nicht sagen, das war die beste Szene des Spiels, das wäre jetzt ein bisschen gemein. Der wollte eigentlich nur die gelbe Karte einmal berühren, oder? Und er trifft sie an der Brust, aber sie kann drüber schmunzeln.